Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute teste ich für euch die Shell Rockets von Argento. Dort sind neun Stück drin. Alle neun haben verschiedene Effekte. Die sind hier unten auch nochmal aufgeschrieben. Aber die werde ich euch gleich nochmal genauer vorlesen im Testvideo dann. Und ja, die sind einmal im Kaliber von 38mm und einmal im Kaliber von 34mm. Ja, sieht auf jeden Fall interessant aus, das Set. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Test und dann sagt mir mal, wie ihr die Dinger fandet. Bis gleich. So, und jetzt fangen wir hier an mit der Shell Rocket Cracker Blue. Los geht's. Richtig dickes Bouquet und weiter zur nächsten Rakete. So, und jetzt hier die Shell Rocket Gold Blue. Auch noch eine von den kleineren. Ja, wieder geile Standzeit. Schönes Blau und Gold. Auf zum nächsten. So, dann machen wir jetzt hier Shell Rocket Willow Cracker. Auf geht's. Ja, schönes, gleichmäßiges Sprackling. Ja, die Raketen sind auf jeden Fall top. Bis jetzt. Wir machen jetzt noch die zwei kleinen und dann kommen noch die vier großen. Kommen wir's? Okay, und jetzt hier die Shell Rocket Corolla. Los geht's. Oh, wirklich richtig schönes, langanhaltenes Gold. Die hat mir richtig gut gefallen. Weiter geht's. So, und jetzt hier Shell Rocket Willow. Los geht's. Ja, auch wieder richtig schönes Gold. Hat mir gut gefallen. So, und jetzt haben wir hier die Shell Rocket. Der Iron Cracker. Auf geht's. Ja, richtig schöne rote Sterne drin. Genau, das war jetzt eine schon von den größeren. Auf geht's zur nächsten Rakete. So, und weiter geht's hier mit einer weiteren großen, der Shell Rocket Glittering Willow. Los geht's. Ja, da merkt man schon einen dicken Zerleger drin. Ist schon auf jeden Fall eine geile Rakete. Ja, auf zum nächsten. So, und jetzt hier die Shell Rocket Strobe Camuro. Auf geht's. Ja, wieder wunderschönes Gold. Langanhalten. Richtig geiler Effekt. Und noch die letzte jetzt. Und jetzt noch die letzte, die Shell Rocket Strobe Willow. Auf geht's. Letzte Rakete. Aus geht's. Das war doch ein würdiger Abschluss der Sets. Für den Preis auf jeden Fall mitnehmen. Richtig schönes Raketen Set. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Shell Rockets haben mir gut gefallen. Für weitere Videos abonniert gerne den Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.